Natürlich wie immer umsonst und würde mich sehr freuen, so denn ihr euch dazu entscheiden solltet. So, wir sammeln hier weiter fleißig Hexenholzsamen ein. Das läuft doch ganz gut. Wir müssen aber gleich noch Leuchttängelsamendinger sammeln. Wir müssen noch Leuchttängel sammeln. Sammeln, ja. Das ist das Wort, was ich suchte. Sammeln suchte ich das Wort. So, Knotenholz brauche ich gerade nicht wirklich. Hexenholzsamen. Okay, ich habe einige, ne, mittlerweile. Sind es schon echt viele. Glaube ich. Kann man das, wenn ich das sortiere, vielleicht, ja. Also viele sind es auch nicht. Es sind neun Stück, ne, ja. Ne, es sind 13 Stück immerhin. Das reicht aber nicht mehr für zwei, das reicht nur für eins, ne. Wirst du noch ein paar mehr haben, glaube ich. 14 Stück brauche ich, glaube ich, für zwei. Sieben Stück pro. Ob ich das richtig im Kopf habe. Und 10 Leuchttängel pro Ding. Willst du jetzt 14 haben, ne. Aber ich meine, umso mehr, umso besser, ne. The more the merrier. Also ich kann nicht versprechen, dass das besondere Spiel nachher funktioniert. Und das ist alles auch einfach so ohne Probleme läuft. Ist immer so ein bisschen schwierig mit Emulatoren. Hink, wink. Das geheime Spiel ist irgendwas Emuliertes. Ja, wundert ihr euch mal, ne. Was kann Potato Pet für ein geheimes Spiel spielen? Aber tatsächlich, ich will mich übrigens wirklich sehr freuen. Also wirklich. Weswegen ich ja überlege, es vielleicht heute nicht zu machen. Weil es mir vielleicht gesundheitlich heute noch nicht so gut geht, dass ich das machen will. Weil ich mich so auf dieses Spiel freue. Also wirklich, ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ich möchte das Let's Play davon nicht verkacken. Weil ich es auch genießen möchte. In vollen Zielen. Und ich habe gehört, es ist sehr gut. Es ist sehr, sehr gut. Es ist wie ein richtig gutes 2D. Da wundere ich mich. Was könnte das nur sein? Lalalalala. Was können Potato nur meinen? Dieses Schwein, Daniela. Er verrät es nicht. Bla, bla, bla. Ja, so sieht es nämlich aus. Ah, da ist noch ein Grab, aber ich verzweifle irgendwie, dass wir das, dass wir dafür die Sachen da haben, oder? Ah, das haben wir schon gemacht, okay. Ich glaube, wir waren vorhin schon hier, ne? Da haben wir schon die höchsten Holzsachen, glaube ich, ja. Ich glaube, wir werden hier nicht mehr so viele finden. Ja, wie gesagt, der einzige Grund, warum ich überlege, es vielleicht nicht zu machen, ist, weil es mir vielleicht gesundheitlich noch nicht so gut geht, dass ich das wirklich in vollen Zügen genießen kann. Weil, wie gesagt, ich möchte jede Sekunde dieses Spiels genießen. Aber schauen wir mal, wird schon werden. Wird schon gut gehen. Jetzt der einzige Tipp, den ich geben kann, ist, dass es ein wundersames Spiel ist. Wundersamer als das Spiel hier. Wundersamer als das Spiel ist. Oh, ein festlicher Kuchen, den liebe ich mit. Wenn es geht. Ich kann den aber direkt essen. Und noch ein mehr festlicher Kuchen. Da nehme ich gerne mit. Die nehme ich doch gerne mit. Und was ich auch noch sagen muss zur Krankheit und so, das Ding ist auch, ähm... Ich hatte ja gestern schon Cyberpunk aufgenommen. Am Anfang war es relativ schlimm. Aber es wurde dann besser mit der Zeit. Und ich habe das Gefühl, dass es vielleicht auch gar nicht so schlecht ist, wenn ich so Probleme mit der Stimme gerade habe. Ich habe eine Woche halt nicht gesprochen. Weil ich so Halsschmerzen hatte, habe ich einfach nicht gesprochen dann auch. Das ist auch wieder ein bisschen zu üben mit dem Sprechen. Und dass der Schleim sich ja auch dadurch löst, dass ich die Stimme dann vibrieren lasse durch mein Sprechen. Und dass das vielleicht tatsächlich gar nicht so schlecht ist. Es ist zwar vielleicht jetzt erstmal unangenehm für mich, aber ich glaube, auf lange Sicht könnte es tatsächlich sogar clever sein, das einfach zu tun. Solange ich keine Schmerzen habe, kann ich weitermachen auf jeden Fall. Und ich habe keine Schmerzen. Ich habe gestern auch keine Schmerzen gehabt beim Sprechen oder beim Schlucken und nichts. Also, es ist halt nur unangenehm, weil mein Hals wieder zuschleimt und dann muss ich den Schleim wieder rauslösen. Weil man hört das dann einfach, weil meine Stimme dann halt heiserer wird und tiefer wird und kratziger. Und gestern war ganz schlimm. Aber heute geht es eigentlich einigermaßen. Hättet ihr mich gestern gehört? Gestern war anders wild. Da habe ich quasi wie so einen Rocker geklungen, der Dauer raucht und Dauer säuft. Also, wirklich. Und gestern war was ganz Besonderes. So, dann haben wir das hier so weit schon mal mit den Dingern erledigt. Jetzt würde ich halt gerne die Leuchtstängel sammeln. Aber die Frage ist halt, wo finden wir hier noch Leuchtstängelchen? Da vorne. Natürlich, keine Leuchtstängel dabei. Natürlich. So. 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 Was für Entwässerung durch Salz. Ich habe die Leuchttürme gemacht. Mann, Spiel. Das Spiel hat mir erzählt, durch die Leuchttürme wird das mit dem Effekt mit dem Entwässern weggemacht. Und jetzt steht da Entwässerung durch Salz. Das Spiel will mich echt verarschen. Das sind keine Leuchttürme. Da sind Leuchttürme. Das Spiel ist richtig. Das ist ein Zeichen. Das Spiel ist ein Zeichen. Das ist ein Zeichen. Das Spiel ist. Die Leuchttürme wird der Leuchttürme. okay wir sagen guten weg auf einen sehr guten weg wir haben 28 deutschtinger schon man muss auch bedenken natürlich bei der zahl jetzt wir brauchen insgesamt brauchen wir noch wir brauchen insgesamt brauchen wir 40 stück also noch zwölf dann können wir alle herstellen die wir brauchen alle von diesen lebenssamen das einzige problem ist wir brauchen halt natürlich doch sehr viele hexenholz du das ist natürlich das andere problem davon haben wir jetzt keine ahnung wie viele sind das ist 8 plus 2 10 11 20 22 haben wir wir brauchen glaube ich 28 oder ja ich glaube schon vier stück ja gut dann haben wir noch schon fast alle krass das damit habe ich jetzt echt nicht gerechnet dass wir die schon quasi alle haben also fast alle es fehlt noch ein bisschen was aber ich schon nicht schlecht oder ist die kiste festlicher kuchen und ich habe wieder sandstorm also eigentlich ist es gut mit sandstorm das heißt wir kriegen dingens die ressourcen werden alle wieder resettet hier aber sandstorm macht trotzdem aua oh shit ich müsste schnell weiter wir gehen nach hause oh mein Gott Hilfe See nix Okay. Okay, das war echt... Ich hasse die Sandstürme. Ich hasse sie einfach. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Oh mein Gott. Die Sandstürme haben auch alles kaputt gemacht hier. Der Sandsturm, alles zerstört wieder. Weil die so oft kommen in letzter Zeit. Weil die so viel abbaue, ne? Deswegen kommen die dauernd. Die Menüführung ist grauenvoll in dem Spiel übrigens. Am Controller, Menüführung grauenvoll. So. Oh. 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Okay, was wir noch machen müssen, aber erstmal was zu trinken, zu sich nehmen, wir müssten noch lebensfunken herstellen, jetzt haben wir die vier, die wir brauchen, ne? Ja. 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 Okay, mir fehlen noch zwei Leuchtdengel und sechs Hexenholzsamen. Und da der Sturm jetzt hier drüber weggefegt ist, haben die Sachen jetzt respawned, die im Boden stecken. Aber wir können natürlich auf dem Weg auch noch mal ganz kurz schauen, dass wir... ja. 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 Nix sehen wegen dem Sturm, ne? ... So... Wir gehen jetzt gleich rüber zu dem Leuchtturm und dann... ...machen wir da den nächsten... An diesen haben wir schon, ne? Wir haben alle drei Leuchtturme, glaube ich, schon gemacht. Wir haben direkt zwei Quellen hier, die wir direkt beide machen könnten, aber... ...das ist auch irgendwie ein bisschen blöd, zwei Quellen übereinander mit dem mystischen Ding wieder zu beleben. So... ... 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